Willkommen Reisende. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Nun viel Spaß. Wir werden jetzt hier bei unserer Basis, bevor wir die Wände fertig machen, erstmal das Dach umarbeiten. Da das mit diesen Biokuppeln innen nicht so funktioniert, wenn wir die erstmal löschen und das, dann können wir hier jetzt nämlich dann ein Dach drauf bauen und wir werden irgendwie ein Glasdach nehmen. Hier haben wir kein vernünftiges. Dann müssen wir hier eins nehmen. Wir werden das hier nehmen, damit das innen heller ist. So geht das nicht. Dann werden wir vielleicht, also wir haben ja hier den Teleporter für die Landebahn. Dann werden wir hier mal gucken. Die erst, ne, welches ist das? Die da löschen. So. Also hier passt das mit dem Dach. Und werden wir hier noch Glas hinsetzen. So. Und können dann listen das ab, das doch genau hier das noch hier hin und auf der anderen Seite wir könnten das ja auf beiden Seiten gleich machen. Immer so ein Stück nach unten. Dann müssen wir mal gucken, woher man angefangen hat. Also wir hätten hier ist also das weg und dafür dann hier das hier so so geht auch hier oben hin so dann dann eine schräge dann wird das hier wieder kommt das weg eine schräge das war das war die hier in der selben Paare so so dann so das ist so das ist dann das ist soll die einen verschieben weil es wird mit den teilen knapp wir können nicht größer bauen jetzt kommen aber wir könnten also hier ist das gebäude größer wie auf der anderen seite ist doch gleich groß immer ein weniger nach innen dann müssten wir die wand so dann passt das auch wieder so und dann das hier hin das da hin jetzt haben wir hier so ein kleines stück hm ja ja bin was das hier hin ja dann würde es überstehen und das hier das mit den dächern ist auch eine kunst für sich das ist ein also mal jetzt halt im fenster kommt das wieder weg hier muss ein dreieck rein so eins in der richtigen farbe so das schließt ab jetzt sagen wir nur weil es hier in halben weiter geht außer wir würden also wenn wir die wand verkürzen um den halben hier müsste es abschließen dann werden wir die wand einfach verschieben so einfach alles ein kleines stück nach innen so hier hin nein da ja so so jetzt stieß das hier auch wieder ab jetzt müssen wir nur das sind kleine bodenplatten gut dann kann das da auch weg so jetzt müssen wir unten die alle einen nach innen so oh Gott ja das kann ja jetzt was werden so 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 sieht gut aus und dann das hier verschieben ist ja zum Glück einfacher das hier kopieren geht nicht aber ja klar geht auch nicht welches war es denn hier da dann was ist die für außen so ja war die für außen jetzt müssen wir mal schauen da müssen jetzt auch noch Fenster hin also nochmal das und zwar da 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 ist schon da eins hin jetzt jetzt ist wieder die Frage dass es wieder nur ein Heil war wenn wir einfach sollen mal gucken das hier um den verkleinern haben wir dann unten noch genug Platz ja oder vergrößern wir das hier um diesen halben aber wir müssten ja ein hier vergrößern entfernen wir das und das so die kleine Wand hier ist eine kleine die duplizieren wir stellen die da hin und da hin die können wir wieder nicht duplizieren das ist die hier die so was sind das jetzt hier dann musst du überlappen bauen ja so hä ja doch müsste die Höhe sein ne so hier vorne dann hier oben die Ecke und so dann hier unten die hier richtigen Farbe so hier unten oben kommen dann überall Glasdächer rein weil es ist innen viel zu dunkel so dann die hier wieder so haben wir jetzt da ist noch hier fehlt noch so 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 hier dann wieder Glasfenster so und so okay hier hängt jetzt einfach ich habe die Scheibe nicht nach hier hinten gesetzt so so welche Farbe hat die denn so erstmal alle einfärben das habe ich wohl vergessen jetzt schließt das Dach hier ab ist jetzt die Frage nehmen wir das hier ganz weg in der Mitte aber dann müssen wir sehen na gut wir kommen immer noch mit dem Teleporter hier hin und wenn kann man innen ja auch noch eine Treppe bauen das das hier dann komplett wegnehmen das hat irgendwie nicht die richtige Farbe so weil der Flugplatz bleibt hier müssen wir die Wand noch fertig bauen also da kommt ja wieder eine also drüben haben wir eine Schräge also erst das dann eine Schräge es muss das hier weg wohl wir können da auch die Schräge dran bauen da weit drunter die hier so und so und dann das hier wieder und wieder ein kleiner werden das heißt die Wand muss weg das duplizieren so das duplizieren so jetzt kommt da wieder so eine Schräge hin die wir hier haben so und das würde jetzt abschließen wenn wir hier die kleine Ecke entfernen das könnten wir ja machen ja müssen wir einfach machen sonst kriegen wir wieder ein Problem mit dem Dach Ups da habe ich irgendwas anders gelöscht fangen wir lieber von oben an da habe ich eine Bodenplatte gelöscht das bleibt ja trotzdem so gucken also muss ich einfach einen nach außen setzen und die kleinen Wände haben wir hier die hier so mussten wir einfach ein verschieben so jetzt passt das auch so 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 jetzt passt das hier überall gut gut das hier weiß ich nicht muss das weg na gut steht mitten im Gebäude ah hier haben wir wieder nur einen halben auf jeden Fall müssen wir uns erstmal anders hinstellen weil wir gar nicht bis da rüber kommen immer noch die Sache wir wechseln mal die aus da war kein vernünftiges hier mit glas haben muss man eins von denen hier nehmen so dann ist es unten auch gleich viel heller so jetzt können wir das entfernen das duplizieren gleich besser das machen wir jetzt drüben auch das 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 ist es das das so das gleiche auf der anderen seite und es ist unten auch super hell weil mit der geschlossenen Decke, da hat man ja drinnen nichts gesehen so und da noch ups so so da haben wir dasselbe Problem mit der Ecke das muss man dann mal sehen aber das ganze Dach geht auch einfach ein zu weit so und hier hört das eine Hälfte zu früh auf so also also entweder hier noch ein lang und dann bis hier so also so ist hier das sind kurze Teile also hier eins entfernen verlissen das vier Stück das muss man gleich dann mal sehen so ja das geht ja hier das haben wir dann rübenfabriziert das wissen wir noch nicht da hier noch keine Wand ist so so ja und wenn wir die Kästen hier die Kästen hier da geht es noch ein runter so so passen genau aneinander so dann passt das hier auch alles aneinander aber hier müsste eigentlich nicht schräg gehen so 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 und da da lässt sich jetzt schlecht sagen weil wir da drunter noch keine Wand gezogen haben wir werden die Würfel hier alle entfernen und die Blumen also die Bio-Kuppeln stellen wir uns bauen wir uns alles auf einem anderen Planeten dann machen wir hier nur die Portal-Base erstmal so dann muss das hier weg dann können wir da nämlich auch ein Dach zwischensetzen und dann schließt das auch überall passig ab so hier kommt eine kleine Wand hin und wir könnten ja die hier eigentlich welche Farbe haben die eigentlich gut ist die richtige genau wieso will er den da nicht nehmen sitzen hä ok will er nicht na guck mal wir haben da drüben das hier also wir haben das Dach hier komplett falsch gesetzt ok ähm aber es passt doch genau hier jetzt neben oder ne passt es nicht also das hier in der Mitte war falsch gesetzt so 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 und zweiten daneben und dann das hier so 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 und so können wir doch jetzt bestimmt auch ha sag mal also die stehen auch nicht richtig so so das hier kommt weg so 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 und die hier so dann kommen ein ein das da so 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 auf auf der Seite passt das auf der Seite passt das kann man sehen so 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 ist eigentlich 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 das dahin also kommt die Seite weg das wird dupliziert so 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 Fazit da war glaube ich nur Würfel ist ja jetzt gar nicht gut also ja ja gut den löschen wir mal nicht da stehen wir drauf so so jetzt kann man das alles schön verbinden so oh das ist aber schön ne so 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 jetzt müssen wir uns da mal wegbewegen mal ein kleines Stück so jetzt mein Würfel löschen und das letzte Stück Dach so oh warte ja hier sind ja auch noch Würfel aber bis wo mal gucken also da ist einer und hier so soll er genau mit der Wand da abschließen oder? ja dann kommt das weg da kommt jetzt Glas hin so und so das kommt hier hin so erst mal ein bisschen löschen weil wenn wir über die Teilegrenze kommen könnten wir es nicht richtig speichern ist ja auch doof so so Treppe ist auch entfernt wir müssen erst mal schauen hier wie machen wir das am geschicktes so also hier ist ein gang oder ein Zimmer oder was auch immer der hört da auf könnte man ja die Scheibe nee oder niemand normale Wand hier in möchte man ja wenigstens Räume haben so nee wir nehmen wenn dann die mit den die da dann eine halbe Wand hier hier so so Was ist so cool? Hier ist ein Raum, in dem scheinbar hier noch ein Boden rein muss. So und so. Jetzt haben wir schon mal eine Etage. Dann kommt hier, ah guck mal da liegt schon einer, vorgearbeitet. So. Da kommt ein halber hin. So. Da kommt auch noch ein halber hin. So, jetzt brauchen wir die kleinen Platten. Haben wir hier irgendwo. So. Oh, jetzt geht das wieder los hier. Oh, so. Geht auch das Brett hier oben hin. Hä? So. So. Ja. Also noch einen nach vorne hier, wenn er mich lassen würde. So. Jetzt da lang. Ah, Fußboden verlegen. So. Nein, los. Ah. Das letzte Stück, komm du willst es. Hä? Warum will das nicht hier oben hin? Was ist denn da schon wieder? Das ist ja überhaupt nichts. Ha. Keine Ahnung. Das da will nicht. Los. Da. Nein. Los. Oh, legt doch. So. So. Ah, da geht. Hier hat man jetzt noch eine Etage. Also ich glaube, wir haben ein paar zu viele gebaut. Gut. Eins. Zwei. Da sind es drei. Drei reichen, ja. Und kommt hier nur. Die machen wir fertig. Und hier. Ab der hier. Kommt dann nur. So. Und dann ein Geländer. Ja. Und dann sparen wir wieder ein paar Teile. Weil wir müssten sie auch noch ausbauen. Oh, jetzt lässt mich. So richtig verlegen wir leider die Teile nicht. Das geht wieder nicht wegen dieser Halben. Aber es ist doch scheiße, wenn ich jetzt hier das so hinlegen muss. Keine Ahnung. Oh, kannst du mal sehen. Hier oben geht gar nicht. Hm. Da. Hier oben geht. so die ging ach was von oben geht's ok so müssen wir jetzt hier eine wand ziehen das machen wir am besten irgendwie von der seite wohl die hier könnten wir eigentlich die hier so so jetzt kommt da hier müsste eine halbe hin also Fenster erstmal die hier so so da so so ja so 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 und Das war's für heute. Ja, können wir die Ecke da unten entfernen? Ja, aber hier haben wir ja auch eine. Ja, da würden die Fenster überlappen. Dann müssen wir so eine nehmen. Eieiei, sehr schwer zu sehen. Und da kann dann ein Fenster sein. Hä? Ne, oh, das ist falsch. Das muss wieder weg. So. Eins, zwei, drei. So. 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 Wie ist das jetzt? brauchen wir jetzt das ding muss erst mal darüber so das speichern wir jetzt erst mal und dann machen wir kurz mal da war doch schon wieder ein abstand im boden dann kommt da jetzt noch schnell das so ist ja gar nicht schlimm machen wir da halt eine kleine absperrung sind das hier kleine platten das geht mal gar nicht so speichern ich bedanke mich vielmals fürs zusehen wenn ihr spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt gerne abonnieren und liken ansonsten bis zum nächsten mal so so so